Was geht ab meine Freunde? Mein Name ist Toni von ShishaWorld.com. Ich heiße euch herzlich willkommen bei ShishaWorld TV. Heute haben wir uns was ganz Besonderes für euch ausgedacht. Wir werden die aktuell angesagtesten Kohlen auf dem Markt direkt miteinander vergleichen, euch das Endresultat zeigen, was sieht man für Fakten, was kann man da herauslesen, welche Kohle ist vielleicht in der einen Sache besser als die andere. Also das Ganze packen wir euch hier mit rein und dann könnt ihr auf das Ergebnis ganz gespannt sein. So, wie ihr sehen könnt, haben wir hierfür die Tom Coco Gold, die One Nation, die Black Cocos und die Tom Coco C26 ausgepackt. Sind einfach wirklich mega gefragte Kohlen gerade, alle absolut top, das kann ich vorab schon mal sagen. Wir haben jetzt bei den One Nation Black Cocos und Coco C26 den Vorteil, dass es sich hierbei, ich nehme es einfach mal zum Vergleich, um 26er Kohlen handelt. Das bedeutet, dass sie in Höhe, Länge und Breite 26 mm haben, während die, ich nenne sie mal normalen Kohlen, wie die Tom Coco Gold 25 mm haben. Wenn man sich das hier mal genau anguckt, sieht man direkt einen kleinen Unterschied. Ist natürlich echt nur minimal, gerade wenn sie nicht an sind, merkt man es nicht direkt, aber gerade beim Rauchen wird man es definitiv schneller merken können. Einfach dadurch, dass die großen Kohlen dann, die 26er Kohlen einfach mehr Hitze geben werden. Dadurch, dass sie größer sind, haben sie eine längere Brenndauer. Man kann dadurch länger rauchen, man kann dadurch, dass mehr Hitze entsteht, quasi auch mehr Aromen rausholen dabei und ein besseres Ergebnis erzielen. Hängt aber auch immer vom jeweiligen Setup ab. So, genau, das Ganze machen wir mal. Dafür packen wir alle vier Kohlen auf vier verschiedene Anzünder für euch. Schauen uns dann an, wie es am Ende aussieht. Werden euch mitteilen, was uns beim Anbrennen quasi Besonderes aufgefallen ist. Und dann fangen wir mal an, würde ich sagen, die Kohlen aufzusetzen, beziehungsweise, ja, doch, aufzusetzen. So, da wären wir schon beim zweiten Part. Wenn wir uns das Ganze mal angucken, sehen wir, dass die Kohlen alle schon zur Hälfte durch sind. Ich dreh sie jetzt einfach mal. Die Zange ist ein bisschen sehr eng. Perfekt, jetzt kann ich das auch leichter drehen. So, dann drehen wir das ganze Zeug einfach mal und schauen, was sich da noch so tut. Also ich kann jetzt schon mal sagen, ganz ehrlich, bei allen vier Kohlen ist mir nicht aufgefallen, dass die jetzt besonders stinken oder so. So, so wie es Kohle nun mal tut, das ist völlig normal, dass sie beim Anzünden riecht. Das lässt sich niemals komplett vermeiden. Da kann ich schon mal wirklich an alle Kohlenprops geben. Boah, das wird ja mega heiß hier. An alle Kohlenprops geben. Das sind dann, das haben sie schon mal mit Bravour überwunden, würde ich sagen. Wir warten jetzt, bis die ganzen Kohlen einmal komplett durch sind. Und dann melden wir uns gleich wieder mit dem Endergebnis und wie gesagt, erzählen euch da ein paar Sachen dazu. Und schauen mal, was da so rausgekommen ist dabei. Bis gleich. Willkommen zurück beim Kohle-TÜV. Boah, das ist richtig schön warm hier mit den Anzünden bei der Kälte draußen. Seht ihr mal, was wir alles für euch machen. Die Kohlen sind soweit fertig. So, alle sind richtig gut durchgeglüht. Und ich werde mir jetzt einfach mal jeweils eine runternehmen, die euch im Kopf zeigen. Und dann sehen wir uns mal die Unterschiede so an. Vielleicht kann ich sie auch mal direkt alle nebeneinander in der Reihe, dass man sie unterscheiden kann. Aber zuerst mal einzeln. Ich nehme mir jetzt hier eine Black Coco runter. An der Black Coco merke ich direkt, ja, wir sind der Big Tasty Tester. Wer von euch den kennt, schöne Grüße an ihn. Mega gut durch. Nicht viel kleiner geworden. Die Asche ist absolut normal. Kann man absolut nichts gegen sagen. Gibt wirklich sehr viel Hitze ab. Das merkt man direkt. Diese eine Kohle gibt schon ordentlich was an Hitze ab. Eignet sich wunderbar für Setups, wo besonders viel Hitze benötigt wird. Kann man dann auch oftmals einfach nur zwei davon benutzen. Statt von mir aus drei von einer anderen Kohle oder sowas. Black Coco ist wunderbar. Ich habe es eben schon angesprochen, beim Anzünden selbst, dass keine von denen einen besonderen Gestank bzw. besonders viel Gestank erzeugt hat. Waren wirklich alle top. War nicht extrem. Kann man sich definitiv nicht beschweren. Dann schauen wir uns mal die One Nation an. One Nation im Prinzip wirklich selbes Spielchen. Alle Seiten perfekt. Das lag jetzt natürlich auf. Deswegen ist das hier nicht so glühend wie auf den anderen Seiten. Megamäßig. Absolut fest sogar noch. Zerbricht nicht oder sonst etwas. Hier wieder selbes Spielchen. Gibt mega viel Hitze ab. Spürt man sofort. Auch von dieser einen Kohle. Gibt nichts, worüber man sich dabei beschweren kann. Gilt wieder dasselbe wie bei der Black Coco. Dadurch, dass die beide auch dieselbe Größe haben. Dass man die gut benutzen kann. Vielleicht zu zweit, wo man bei anderen drei benutzen würde. Mega Ding. Wirklich. Also ich benutze die One Nation besonders gerne. Genauso wie ich aber die Black Coco benutze. Die beiden nehmen sich da definitiv nichts. Absolut. Wie der Markt an sich bestätigt. Beides super coolen auf dem aktuellen Shisha Markt. Jetzt gehen wir weiter zu den C26. So. Also bei der C26 sehe ich jetzt, weiß ich nicht. Wenn ich das Ganze hier einfach mal vergleiche. Vielleicht muss ich es auch ein bisschen seitlich auflegen. So sieht es nur so aus. Das aber sieht man im direkten Vergleich, ja, dass die One Nation hier noch ein bisschen breiter ist in der Seite. Das ist aber etwas, was man jetzt nicht direkt irgendwie so bewerten darf. Öh, die One Nation sind direkt besser oder sonst was. Das kann auch daran liegen, wie sie auflagen. Viele von euch werden es kennen. Wenn man die Kohle jetzt zum Beispiel direkt hier zwischen den Spiralen auflegt, dann schmilzt teilweise der mittlere Part hier, dieser mittlere Part ein bisschen weg, dass das dann verbogen ist. Deswegen hier trotzdem eine wunderbare Größe, kann man optimal noch benutzen. Schauen wir mal, wie das hier ist. Die werden wahrscheinlich auch wieder megamäßig Hitze abgeben. Also das merkt man sofort. Ich kann da gar nicht allzu lange meine Hände drüber halten. Am C26 ebenfalls mega zu empfehlen. Ein wichtiger Punkt dabei noch, sie sind wirklich sehr günstig. Man kriegt zwei Kilo für acht Euro, wenn ich mich nicht komplett täusche. Umgerechnet aufs Kilo zahlt man vier Euro. Ist auf dem Markt wirklich eine wunderbare Sache, wenn man die mit den anderen vergleicht. Preislich auf jeden Fall top. Kann ich auch, wie bei den anderen beiden bisher, nur jedem empfehlen. So, jetzt kommen die 25er Kohlen. Hier bin ich besonders gespannt. Ich muss dabei sagen, wieder, also die nehmen sich da nicht viel. Perfekt erhitzt. Glüht megamäßig durch. Hier muss ich auch wieder sagen, so das könnte ich quasi einmal sagen, dann hätte es sich erledigt. Hitzeerzeugung optimal dabei. Ich muss hier jetzt sagen, was mich wundert, dafür, dass es 25er Kohlen sind, die vergleiche ich jetzt auch mal wieder mit den One Nation, ist von der Größe nicht viel passiert. Es nimmt sich oft mal gar nicht viel zu viel. Die verhalten sich beim Anzünden auch oft unterschiedlich. Man muss halt auch immer wieder dazu sagen, man darf nicht pauschal sagen, die Kohlen, weil sie jetzt hier größer sind, weil sie jetzt hier mehr Hitze abgeben, weil sie jetzt hier mehr Aschen oder sonst was, sind sie direkt besser als die anderen. Das ist immer verschieden, kommt auch auf den Anzünder an. Aber alles in allem, das Wichtige hierbei ist einfach, man merkt, bei allen ein Top-Ergebnis. Hier ist kein einziges Brikett dabei, das, doch Brikett nennt man es, glaube ich, kein Kohlestück dabei, das irgendwie direkt zerbricht oder sonst was. Sie geben super Hitze ab. Gerade bei den kleinen Kohlen kann man vielleicht auch mal drei dabei verwenden, wenn man es zum Beispiel in einer Smokebox raucht, vielleicht in einem Fireflower oder einer anderen Smokebox, im Kalut Lotus oder sonst was, wo vielleicht zwei von den 26ern ausreichen würden. Eignet sich aber durch die Größe auch sehr gut dafür, dass man sie dann wiederum doch nur mit zwei Kohlen benutzt. Fazit im Endeffekt, alle Kohlen top. Muss ich einfach ehrlich an dieser Stelle sagen. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, für mich sind die Black Cocos definitiv besser. Andere sagen, ich mag die One Nation eher. Andere wiederum die C26 oder sonst was. Kann man nicht pauschalisieren. Probiert euch durch. Schaut, welche Kohle euch am ehesten anspricht. Ich kann hier bei diesem Test einfach nur sagen, haben alle megamäßig abgeschnitten. Wirklich gar nichts dabei, was irgendwie jetzt kaputt geht, zerbricht. Irgendwie, weiß ich nicht, nicht richtig angegangen ist oder sonst was. Kann man alle super easy einfach reinwerfen und direkt transportieren. Dafür übrigens immer so ein Kohlebehälter eine wunderbare Idee. Mega Ergebnis für alle Kohlen. Genau, das soll es schon von uns gewesen sein. Ihr könnt uns sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr für Erfahrungen gemacht habt mit den jeweiligen Kohlen. Würde uns auch sehr interessieren. Was ihr dazu sagt. Jeder von euch hat sich schon sein eigenes Bild gemacht quasi. Schreibt uns das da rein. Wie gesagt, interessiert uns auf jeden Fall sehr, wie es bei euch aussieht. Lasst uns sehr gerne ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr könnt das Video auch sehr gerne liken, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, könnt ihr natürlich auch ein Dislike da lassen, wie ihr wollt. Wir würden uns auf jeden Fall darüber freuen, wenn wir in dir einen neuen Abonnenten finden würden. Das soll es von unserem Vergleich gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Shisha-Abend. Und adios amigos. Bis demnächst. Shisha-UE-TV. Toni, ciao.